Geh weg! Ich muss Schnee schieben. Geh weg jetzt! Auf die Seite! Mich wollte das ein bisschen lustig sein. Herzlich willkommen bei Motorrad Christianzen. Der Gerd. Ich mache das jetzt noch, weil mein Chef momentan verhindert ist. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Wir haben hier das wunderschöne Ziphos 625 in dem schönen Blau. Wir machen da auch das Winter-Paketpreis, was der Chef gerade gemacht hat. Mit Schneeschild das Fahrzeug deutschlandweit. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt rattert es natürlich hier richtig blöd. Wir machen weiter. Ich komme ein bisschen näher. Empfehlenswert. Geht er mich gut? Ja. Jawohl. Wie gesagt, wir machen auch den Aktionspreis. Der Chef hat ja gerade vorgestellt. Einmal unser UFOs mit der Aktion. Wir haben eine G8 50er in Aktion. Dann haben wir noch unser gebrauchtes Vorrest in Aktion. Und dasselbe machen wir jetzt mit dem Fahrzeug auch. So, jetzt wollt ihr natürlich den Preis wissen. Ich habe es mir notiert. Geht braucht Brille. So, der offizielle Preis. Sag mal, was ist denn hier los? Es geht hier zu wie auf der Autobahn. Ja, ich glaube, ich halte mich. Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen leiser. Dann lege ich nochmal los. Der offizielle Preis für das 625. Sag mal, es ist heute nicht mehr normal hier. Der offizielle Preis sind 9.398 Euro. Der speziell Winterpreis ist 7.999 Euro. Komplett, so wie ihr seht. Ja. Und Schneeschild. Ja. Wir liefern deutschlandweit zum Spesselpreis, Winterpreis. Das können wir dann am Telefon alles bereden. Tatsächlich. Ich denke mal, wir sind soweit durch. Ihr habt alles im Kasten. Dann die sagen los. Ran an den Mann. Ran an die Schippe. Und dann geht es los. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleibt schön gesund. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, ne, Daumen nach oben. Jetzt komme ich schon durcheinander. Da ist meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse und dann viel Spaß dabei. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.